so weit springen würde das man oder laufen würde dass der getroffen wird wäre doch sehr nett die tonnen abgang machen ach ja vielleicht ist schon so ein bisschen behindert bisschen doll behindert also richtig jetzt aber komm jetzt schaff ich das aber ja jetzt schaff ich das ich sag's euch jetzt schaue ich das wenn ich was will dann schaffe ich das auch aber auch nur wenn mein motto krokodok krokodok war ich nicht war hier noch was ne ne geschafft der arsch ist immer noch weg jetzt müssen wir auf den affirmaten sorry dass er so lange gebraucht aber vielleicht ist halt ein arschloch müsst ihr verstehen was muss und der letzte zuschauer gerne war lass dich nicht ich dann nie machen ja wieder gewartet ich wollte mir noch ein eis knuspen hier wo bin ich ja schon wieder hier drinnen ich bin ich spielen da meine ich habe keinen bock gleich zum bau der ist behindert gleich ist fertig fett fett mal klar idiot das ist selber schuld wenn man am essen ist dabei dann ist man so behindert und schafft das gar nicht ja vor allem voll durch die zähne durchgepackt dass das gesehen gehabt denn er war mir nicht schon unten als maul die einmal vertritt richtig hübschen können nein er muss ja noch mal hat er jolo kapole das geschafft ach ja der flash ist so richtig hart behindert ein hartes maß eis mann eingefroren du bist du mich weiß ja du bist doch irgendwann wegen der frisse du bist doch irgendwann wegen der frisse ja oh du bist behindert ich weiß ich muss ein neues holen jetzt weißt du warum ich nach hinten gelaufen da hat man ein neues ? tipp 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 eine dumme maus hallo ratti ich habe einen vorschlag für nachher was denn du kennst das wird noch ein bisschen ich weiß gar nicht die ersten level sind einfach also die gehen ja normal jener in der reihenfolge danach kommt drei und vier drei und vier kannst du die aussuchen welche reihenfolge die schmacht überlegt dass wir vielleicht jeder eins macht ja das nachher also es gibt das level und jetzt danach kommt er noch eins so das kannst du müssen auch beide gleichzeitig machen dann kommt level drei und vier ist eines an land und das eine ist auf der hand wasser level wasser level ist anders so ein maschinen level überlegt dass einer das wasser level macht okay und der andere das maschinen will was schon perfekt machen möchtest konzern aha keine ahnung ich glaube soweit bin ich früher noch nie machen nicht interessant für dich also ich weiß welches einfache ist war nicht das wasser level nicht das wasser level ist das einfache es hat nicht so viele schnelle elemente oder so und ein einer mein lieblings level hat das da habe ich habe ich die kontrolle auf den kopf gestellt und das level immer zu spiel ja das spiel im ganzen level verkehrt rum das heißt wenn du nach links gehst du nach rechts und wie gehst du nach rechts gehst du nach links ja das ist total behindert diesem level du musst du springen und nach links und rechnen das noch nicht mal aber ich bin weitergekommen als du spassi ja mein gott mich stört das nicht übrigens das in dem schneelevel das ding die münze habe ich auch noch gut gehabt am zweiten mal jetzt wird es jetzt wird es wissen er ist alles gut was die eine banane schon angeflogen kommt ja wenn man sich das k holt k 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 nein bin zylo von zack querkicker oder ich dachte quallenkacke auch zylo von zacker querkicker Achja Mein Lieblingslevel Das ist schon so doofy doof Ach ne War das hier schon? Ich habe das hier schon Ich habe das hier schon Ihr Lieblingslevel Ich habe das hier schon da wollte ich rein so ein cheater ich habe noch keinen bock das ganze level zu machen was von ebook das ist das schluss ich habe mir den nacken jetzt ohne spielen mein laden reihen gibt ein paar münster aus und du kannst spielen kopf kopf 25 gewinnt oder 60 second so kopf 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 noch mal kopf kopf weiß ich nicht oder so blablabla ach jetzt paul dann werf einfach ganz wer weiß wer der banger im zelt ist aber immerhin nicht traurig nicht traurig 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 naja egal denn ist hier nicht irgendwas 30 leben habe ich ja du hast genug leben nachher das war zu hoch erst mal ins auge werfen das war zu niedrig leck mich doch du mich jetzt verarschen du meinst ob ich den fettzack immer nehme meinst wo ich den fettzack immer nehme mir doch egal er tötet dich glaub ich grad auch hallo tschüss das war voll schlecht das war echt schlecht das war echt schlecht kann ich mal so machen im speichern um eben hier speichern das geht aber wie naja ja du speicherst für mich ja du speicherst für mich jetzt wollen wir gehen wenn es schon bar kein hintergrund nein ich will nicht noch mal ich weiß auf muss ich konzentrieren das level ist das beschissenste alter zeiten warum machst du das eigentlich so schnell und nicht alles mit nicht so in die zeit und den rekord musst du brechen ach so ja wenig fischern die auch kommen etwas anders weiterzukommen lalala 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 dieses muster fertig oder will ich zumindest fertig haben ja groß augen einmal macht das lässt du lässt sich noch eine chance passiert ich habe nur mit einem donkey gespielt ja heute auch ein glücklicher verloren ist ja weil der mann fange meinte soja insekten sind jetzt nicht so sei denn er wollte gehen aber mit ihm ist einfacher zu spielen ja ich merke weil er fast im gleichen gleiche mitte rumschmeißt ja jetzt geschafft habe ich ja habe ich ja ja